dieser gebrauchte mercedes benz 300 ist hier zum verkauf angeboten der graue kombi ist viertürig und bietet platz für sieben personen der kilometerstand des autos liegt bei weniger als 311.000 kilometern die erstanmeldung war mitte 1990 der kommi verfügt über zahlreiche ausstattungs details wie klimaanlage alufelgen schiebedach dachrailing tempomat und noch vieles mehr unter der haube gibt der benziner eine leistung von 179 ps an ein automatikgetriebe ab für eine besichtigung oder probefahrt steht der mercedes benz jederzeit zur verfügung kontaktieren sie uns wir beantworten gerne ihre fragen